Oh diese Gegend ist so geil. Ich will hier gar nicht mehr weg. Eigentlich. Ich denke die ganze Zeit, ich fahre Richtung meines Fahrzeugs. Dabei ist mein eigenes Fahrzeug, wo ich gerade drinnen sitze, auch auf der Minimap eingezeichnet. Oh nein. Das ist ja gemein. Ach du. Das fahrt aber mal in deine Richtung. Naja, ich stehe ja irgendwo. Und hier habe ich wieder grünes Grasland. Also Grasland. Alter. Ich glaube ich finde den Spinnenwald. Hier war dieses komische alte Zeug, was ich abbauen wollte, weil ich wissen wollte, was es ist. Ob ich das wiederfände. Nein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Als wäre ich das, was ich immer gesagt wurde. Ich weiß nicht. Danke. Tschüss. Danke. 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 Das könnte man nicht so leicht ausbrechen, wie er schlappt. So. 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 Also ich konnte bis jetzt durch jedes Wasser durchfahren mit dem Ding. Der ist echt praktisch. Dir fehlen schon Bären, das heißt hier war ich schon. Aber irgendwann geht er aus, hast du gesagt. Ja, der schmeißt dich raus. Achso. Da kannst du jetzt wieder einsteigen und weiterfahren. Oh, hier ruckelt es aber extrem. Ich hatte gerade einen richtigen Freeze. Das heißt, ich war ja noch nicht. 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 Ich war ja noch nicht. Das heißt, ich war noch nicht. Ich war ja noch nicht. Das heißt, ich war ja noch nicht. Ich war ja noch nicht. gift voraus schnecke das gift hört mich nicht mehr auf was denn noch nicht die gasmaske? doch, aber die auf ah ja was bist du? wo ist ein Quarz rein? na klar immer rein ins inventar, ich habe ja noch platz da ist noch ein pilz das ist eisen wo war jetzt die schnecke? ich bin grad durch gift gefahren, jetzt weiß ich nicht mehr wo das ist das gibt es doch gar nicht hier so hol doch Entschuldigung, darf ich das vielleicht mal einsammeln? nein darf ich nicht, ok danke ich hab grad zwei filter verbraucht für die gasmaske in kurzer Zeit aber in kurzer Zeit aber ja da brauchst du auch so ein paar hunderter stacks ähm westen norten ne norten natürlich nicht osten süden da so diese Richtung eigentlich ne schnecke ah das wieder die von vorhin na siehst du dann weiß der wieder wo du bist ich hab jetzt ne schlepper dabei, das heißt ich konnte die äste einfach zusammen fahren ich hab jetzt acht grüne schnecken und zwei gelbe schnecken und nein ich weiß nicht wo ich bin ich weiß nur dass ich hier schon war genau aber mehr auch nicht falls einfach Richtung Base wird schon passen da muss ich hier das Gift durchfahren oder ich könnte hier einfach mal ab mal gucken was passiert gar nix da hätt ich mal Schaden gekriegt da Schlepper das ist echt gut jeha da hätt ich doch Schaden gekriegt na du kleine Spinne alter wie die ausbricht wird ein Heck oh oh ich glaub das wars ja dann wieder tot ja übrigens es gibt mitten in der Karte gibt es doch diesen großen weißen Bereich wo du keinen Grund siehst es hat keinen Grund ja also ich bin wieder in der Base und du? dich auch ich auch das Gute ist ich hab jetzt keinen Totenkopf doch ich hab nen Totenkopf aber ich werde nie hinkommen da müsste ja davor sein oder? ich glaube nicht aber ich sehe ein rotes Licht das Schlimme ist nur ich hab auch keinen Sinon-Böscher mehr ich hab auch keinen ja ich hab gar nichts mehr das ist natürlich zum Kotzen gerade eben dachte ich noch mit dem Schlepper kannst du überall drüber springen ist gar kein Problem jeden Abgrund nimmt damit kein Problem und dann tut sich da die gehende Leere von mir auf tja soviel soweit aus Chaos City werde ich mein Zeug zurückbekommen? werden wir sehen ich glaub mal nicht aber ist kein Problem also dann bis die Tage tja 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 Vielen Dank.